Hallo Leute, willkommen zu GRID 2, da wir nun wieder und weiter in unserer WSR-Szene, natürlich wie immer spielen wir hier erstmal los, so wir sind hier in der WSR-Saison und gehen auch gleich in unser nächstes WSR-Rennen, so wir haben hier ein bisschen was vor uns und das lassen wir uns auch gleich nicht entgehen. Ah, welches Auto nehmen wir denn heute, wir wollen nochmal eine kleine Abfessung auch reinbringen, natürlich, aber wir wollen auch mit was Anständigem fahren. Hmm, letztes Mal war ja der hier schon nicht schlecht, natürlich wäre was anderes auch mal schöner, Subaru, der war nicht so überzeugend, zu wenig, zu viel Masse bringst du mit. Du bist mehr das Driftfahrzeug, wir gehen mal hier wieder so ein bisschen, wir probieren mal mit dem kleinen Gefährt hier uns erfolgreich weiter zu verleiten hier. WSR nicht einfach, aber wie gesagt, wir probieren es, Versuche es ist immer wert. Mal sehen, was uns diesmal wartet, Nevis R-Szene, ist natürlich das Gifflanz. Die Route kann sich im Rennverlauf jederzeit ändern. Hmm, wieder Routenwitzel? Oh, die fahren ja gar nicht in der Sonne. Oh, die an mir, das ist... Na gut, da fahren wir mal alles. Nehmen wir nicht Drift ein, holen wir mal an. Ah, komm mal Platz. Mach Papi Platz, Leute. Eieieiei. Da holt mich doch gerade der Rämpel. Das ist ganz schön. Dritter, denke ich mal, wird uns Sicherheit nicht mehr sein. Komm mal, mit deiner Lichtbütze, das war das gleiche wie ich. Ich glaube, das hat hier in ein bisschen aus der Spur geblieben. Unsere Tür hat sich auch wieder geschlossen. Also, da ändern wir was. Das war definitiv. Keine gute Frage. Kleines bisschen besser. Da hätten sie sicher wieder bei einer Rampel. Oh, ja, ja. Schöner drückt. Wenn man einen Haufen Zuschauer hier in der Fernseite hat. Schlimm. Ja, das ist sicherlich auch schon mal aufgefallen, dass der Scheibenwischer sich bewegt. Das frage ich mich auch. Wieso kommt der Scheibenwischer Wisch ab? Machen wir hier so viel Dreck oder sind es die Splitter, die ihn zum Wischen bringen? Gute Fall. Verstehen tut sicherlich keiner hier. Was sie sich dabei so gedacht haben. Man kann ja nicht von der Onboard-Perspektive fahren. Man sieht, dass die Scheibenwischer Wischen. Vorteile weiß ich nicht, ob man da vorne bin. Bleib auf der Rennlinie. Du kannst ja diese Einschläge nicht lassen. Ja, 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 ja. Wieder ein Rampel mitgemacht. Ach, was ich mir leisten kann ja nicht. Das siehst du, wenn das nicht dann geht. Ui, 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 ui. Oh, ja. Das hat gerade die Karol. Ein bisschen demolieren. Das Heck zerwixt. Nein, ich will das. Sagt mal halt nicht. Ah, jetzt haben wir so schöne Chromleiste hier. Oh, schlug die also weg. Wer braucht heutzutage Chrom? Das lässt sich doch alles ausbeulen, oder nicht? Heutzutage, ja. Eine Vorschlaghammer lässt lösen. Schönes Rennenbild auf jeden Fall. Ach so, schön zu hören. Okay. Karrierefahrzeuge. 19. An der Côte d'Azur ist überholen echt schwierig. Verlier nicht die Nerven. Das ist Lorenzo Wähler. Der Typ fährt mit allen Tricks. Halt dich fern, wenn's geht. Nerven verlieren. Ach so. Dann schieb ich einmal seinen Arsch rum und dann war's das also der Kind von Mallorca. Das ist der große enge Stadt. Reine Rennfläche. Alles Sprint hier. Schwellen hier werden sie überholen. Ach guck mal hier. Ok, Platz 2, kämpf um die Führung. Wieder durch den Tunnel und wir geben alle sowjet, quillen das Gaspedal und lassen wir drücken das Gaspedal bis zum Asphalt runter. Das Handy wird einfach schon schwimmig bei den Geschwindigkeiten. Und da ist die Karte mir, ja, nichts zu sagen. Mit dem Abheber. Das war anscheinend doch auch nicht gut. Gesamtschaden, ja, auswirkende Kraft 50,5 G. Das war schon heftig. Das war nicht ohne. Mach ich das zwischendurch hier alles auf nicht ohne Finale? Nein, solche Aufprälle hier sind, finde ich, aller Heftigkeit wödig. Geht doch zum Glück, oder? So Dann denkst du die Karre ist ein Schwergewicht Trotzdem hebt sie Achtung hier ab Sie hebt einfach Das ist schon Erstaunlich Weil sie mal ein kleines bisschen In den Graben flutscht Ich merke es Ich kann es nicht Nein Schatz Das ist ja so weh Alter Das war die Kurve Da wo wir gerade gescheitert sind Das sind nicht mehr Viel Strecke für uns 70 km Alter Alter Heul Muss das so heftig sein Das ist eine Strecke Alter Hat so was von in sich Mit dem Driftspielen mit der Karre ist echt schwer Und da hast du schon das Ziel Das war heftig Leute Sehr heftig Muss man sagen Du bist Spitzenreiter in diesem Event Verteidige deine Führung Mal sehen was wir noch haben hier Oh Boah Ich teile mir meinen Platz mit jemandem Hart aber jetzt nicht Das ist ganz schön heftig Gerade Das Rennen müssen wir auch definitiv Wieder für uns entscheiden Sollte das nicht stattfinden Wird problematisch Lass dich nicht einklemmen Viel Glück Lass uns die Saison mit einem Paukenschlag beenden Schon wieder schmalle Die Karre ist nicht für schmale Strecken Finde ich gebaut Oh Letz Streckenzeit Wer herrscht dich Hm Keiner gesehen Ich kann mal kurz anspülen Die Düsen Ganz schön da vorne Alter Weil wir dieses Bingo spielen Finde ich schwul Ganz schön heftig Drei Runden Und die Geschwindigkeit wird gelassen Ja da bin ich mal gespannt was man so Drei Runden Das sind wir ja meistens relativ gut Zwei Runden zu fahren Das ist ein bisschen unser Gasbedal Ich kann nur durch das späte bremsen und das in den Korven driften Und nicht den Platz in der Dominierung Das ist echt Ein heikles Rennen Das hier stattfindet Du hast eine neue Bestzeit aufgestellt Was bringt meine Bestzeit Wenn er da vorne gewinnt Ah nicht schön Keine schöne Pauke Auch nicht besser Aber vielleicht Wir gucken mal sie Das ist doch Mist hier Dieses Bingo Das macht doch viel Spaß Der gewinnt leider Abstand Leute Das ist wirklich Der Mercedes War halt doch ordentlich Zunde Oh da haben wir Nein Nein Oh schade Dass man auch nicht sieht Wie man den Crash beendet Boah 180 76G Haben auf mich gewirkt Können wir uns die Wiederholung hier ansehen Wie geht denn das Auf YouTube Rückwärts vorwärts spulen Cool Wie sie sehen Sehen sie nichts Schade Müssen wir doch Oh Da haben wir es gerade Nur ganz kurz gesehen Scheint ja gerade sehr